Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Half-Life 2. Wir haben in der letzten Folge grauenhafte Zombies kennengelernt, die sehr schnell sind. Und hoffen... achso, da hängt jemand. Oh, Wasser. Das haben wir das letzte Mal gar nicht gesehen. Und hoffen, dass dieser Typ uns jetzt hier helfen kann. Oh, ein Mann nach meinem Sinn. Hier ist eine passendere Waffe für dich. Du wirst sie brauchen. Aha. Was? Oh Gott. Ich war gar nicht bereit. Okay. Ravenhofer? Trüben die ihn jetzt? Ne, ne, der macht das schon. Ah, ich bin echt noch nicht bereit. Aber, wow. Nein, scheiße. Ich läd da mal ein bisschen schneller nach. Also die Schrotschwinden ist auf jeden Fall ganz gut für diese Viecher, um die zu erledigen. Das finde ich gut. Ich mag Schrotschwinden sowieso immer ganz gern. Ähm, seit Tuneweider. Ja, okay. Wir treffen uns... ja, wie komme ich denn hier weg? Soll ich hier einmal ins Wasserbecken springen, oder? Naja, da ist ein Leiter. Ich kann zumindest rausklettern. Versuchen wir das einfach mal. Die Waffen werde ich jetzt hier ausgerüstet lassen, aber nochmal nachladen. Sicher ist sicher. Naja, interessantes Geräusch. Und yippie! Kann ich nicht tauchen. Da ist sogar recht klar, das Wasser. Nicht so versifft wie sonst. Das ist ein Wunder. Oh. Hi, Leiche. Hoffentlich sind jetzt nicht gleich so Aliens hinter mir. Das wäre ganz nett, wenn ich... Oh, Schriftstellungen. Oh, Energie. Aber immer noch keine Anzugenergie. Scheiße, ey. Jetzt kommt schon wieder so viel... Äh! Wartet doch mal! Ich bin noch nicht bereit. Der Headcrab hat überlebt. Echt jetzt? Ernsthaft? Bis ich meine Wasser gewechselt kriege, bin ich doof. Ah, wie geht denn das? Ich weiß es nicht. Oh nein. Ich weiß echt nicht, wie es geht. Ah, jetzt. Nein. Das ist jetzt nicht so gut. Ich habe richtig viel Energie verloren. Scheiße. Oh nein. Oh nein. Das ist wirklich nicht so. Energiefragezeit. Ach, Gott sei Dank. Das ist schon mal gut. Ja. Ähm, schnell Waffen wechseln ist noch nicht mein Ding. Ach, guck mal hier. Ich wollte eigentlich den Knopf drücken, aber danke schön. Hi, Aufzug. Da ist doch schon wieder was. Ja, ernsthaft. Na, kommt her. Äh, aber nicht so schnell, bitte. Herkommen okay, aber nicht so schnell herkommen. Oh Mann, Headcrab. Ich bleib hier. Ja, es ist halt auf jeden Fall echt nur effektiv, wenn man die Köpfe trifft. Das ist der längst brauchende Fahrstuhl, den ich je gesehen habe und so weit hatte er es eigentlich gar nicht. Okay, fahren wir mal weiter. Das klingt so richtig motivierend. Ich mag die Viecher nicht. Ich mag die Viecher nicht, die sind mir viel zu schnell. Ich finde die echt nicht gut. Ich finde die echt nicht gut. Hallo? Und dann noch die schwarze Schnellen. Okay. Was sonst? Oh Mann. Oh Mann. Ah, fast schon nur mitleidenswert. Aber nur fast. Ich habe einen Headcrab übersehen. Ja, da wolltest du gerade springen, wa? Ist nicht mein Freund. Heute wird nicht gesprungen. Also diese Latte hier ist mega auffällig. Okay, komme ich hier dann auch wieder zurück, wenn ich das jetzt tue? Ach, scheiß dran. Tun wir es halt. Kann ich die nicht kaputt machen? Ihr gehört nicht in diese Welt. Ah, ich habe es geahnt. Warum ist das schon wieder so dunkel hier? Oh Gott. Nicht gut. Nicht gut. Ah, was haben sie dir angetan? Und ich schlage auch nochmal extra drauf. Naja, man weiß ja nie. So, die Energie kann ich nicht mehr nehmen. Alles klar. Hallo. Oh Gott. Willst du mir jetzt damit sagen, dass das hier eigentlich der richtige Weg ist? Das ist nicht gut, weil das wollte ich noch nicht. Natürlich. Dann lade halt einfach nochmal. Weil es dir so viel Spaß macht. Oh nein. Ich komme hier gar nicht mehr zurück, oder? Oh nein. Oh nein. Ich komme nicht mehr zurück. Ich wollte mich doch gerne noch umgucken, aber das wird nichts. Na gut, na gut. Naja, okay. Ja, dann müssen wir doch hier lang freuen. Das tut mir leid. Schade. Oh Mensch. Ich dachte, das hier wäre nur so ein Nebenweg. Naja. Was wollt ihr damit sagen? Was soll denn das? Das finde ich nicht so nett von euch. Oh, ich will hier einfach nur ganz schnell weg. Kann ich hier reinbleiben? Ich gucke mir das alles mal an, aber... Ja. Klingt ja schon wieder richtig gesund. Was ist denn mit der Krähe da oben los? Ja. Ich glaube, die hat ein bisschen Spackung. Und jetzt schreit sie auch noch rum. Das hier sieht doch nach Mega-Special-Geheimweg aus. Hier muss was Geiles gehen, wie zum Beispiel nichts. Schade. Weil du bist nicht geil. Definitiv nicht. Ah. Ein Rad. Ah, toll. Das bringt es jetzt völlig. Außer, dass ich einen langen Weg wieder zurückgehen muss. Ähm, aber sonst. Hm. Ich nehme trotzdem nochmal lieber wieder diese hier. Man weiß ja nie, wofür es gut ist. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich höre Geräusche. Und ich finde das nicht so gut. Headcraps? Ich glaube, das sind meine eigenen Schritte. Ich weiß es gerade gar nicht. Seid ihr denn alle? Ich weiß nicht, wo ihr seid. Und ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nur, dass ich hier gerne weg möchte. Gut. Hier geht schon mal nichts. Was? Da lag Muni? Okay. Kann ich das hier aktivieren oder so? Oh Gott. Wo kommt ihr denn her? Ich habe nicht gesehen. Huch, ich wollte eigentlich die Waffe wissen. Manu. Ich habe doch mal auf, mich zu schlagen. Aha. Energie. Lebensenergie ist immer gut. Hier geht es noch hoch. Okay. Da gucken wir gleich mal. Aber erstmal eben nochmal hier. Oh, schön. Man schaltet das Licht an und jetzt sieht man ein paar nette Freunde, die einen schon erwarten. War ich hier nicht schon? Oh Gott. Oh Gott. Leute, ihr seid ein bisschen zu stark. Oh Gott, nein. Oh nein. Sie sind wirklich stark. Also solche Leute werden auf jeden Fall nichts mehr mitbrecheisen. Schon mal gut zu wissen. Oh Gott. Geh doch nicht aus dann. Oh Mann, ich mag das nicht. Ich kann nicht Feinde töten, die ich nicht sehe. Das finde ich nicht gut spielen. So, das ist okay. Hier ist ein Licht. Ich muss gleich mal gucken, wo die Energie war. Erstmal töten wir dich noch. Ich weiß, ich werde total oft getroffen. Ich habe irgendwie heute noch kein Skillwasser getrunken. Och, da ist er ja schon. Moment. Moment. Ich bin noch nicht bereit. Ja, komm her. Ich bin noch nicht bereit für euch. Das ist ja jetzt doof, aber egal. So, und die anderen, die anderen, die anderen, die töte ich einfach so. Komm her, wo ist er hin? So. Och ja. Wo kommt ihr denn jetzt bitte her? Ernsthaft? Ich bin gleich wieder tot. Hört auf jetzt. Nein. Ach, ja, Keuch. Ich weiß aber, dass er in der Energie liegt. Hier waren auch noch ganz viele Headtracks. Wusstest doch. Wusstest doch. Da geht noch was, oder? Ich glaube, das sind doch immer meine eigenen Schritte. Das ist echt verwirrend. So. Wie war das vorhin? Nicht so viele. Ich müsste jetzt nochmal eben dran glauben. Sonst noch einer? Wer will? Wer hat noch nicht? Hä? Ich hab dich schon zweimal getötet? Was soll das? Ich dürfte da gar keiner mehr sein. Ja, wenn's weiter nichts ist. Damit kann ich leben. Ach, hier war die Energie. Ach, Gott sei Dank. So, ich guck jetzt doch mal eben, was hier oben so schön es geht. Ist das bitte Anzug-Energie? Nee. Aber gut zu wissen, dass hier oben noch mehr Medipacks rumliegen. Was? Ich kann den Namen vom Hotel gerade nicht so richtig entziffern. Da oben geht's auch noch lang. Oh, hab ich dich übersehen. Es tut mir so leid. Das war auch nicht. Kannst du mal bitte? Oh, hier ist ein Schall da. Ich kann mich übersehen. Uh, was ist passiert da? Cool. Jetzt muss ich nur noch dann schauen, wie ich da hochkomme. Aber das ist ja echt schon mal cool. Moment, Momentchen mal. Das bringt nichts. Es endet auch irgendwie nicht, ne? Kann das sein? Wieso ist er jetzt aktiviert? Ich hab keine Ahnung. Ich finde das nicht gut. Wirklich nicht. Au. Alter Schwede. Waaat? Ich hab automatische Medizinsysteme. Aber abgesehen davon... Warum machen die denn so extrem viel Schaden? Was? Leute, wartet mal eben. Ich muss hier mal kurz weg. Ja. Deine Mutter wird auch schwächer. Ich muss jetzt mal eben hier mich aufladen. Oh Gott. Was ist denn da los? Die Spawner sind aber heute sehr aktiv. Schön, dass er mich immer gleichzeitig schlagen muss. Ich darf ich auch gerne mal schlagen. Jetzt hat sie, glaube ich, beide Medipacks... Äh, hat er, glaube ich, beide Medipacks da oben sich direkt reingepfiffen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße. Die Meisters sind auch in der Gegend. Ah, gut. Ach, natürlich. Ach, nö. Ach, nö. Nicht er wieder. Ach, nö. Er im Doppelpack. Oh. Und auch noch das Vieh. Na, komm, erst mal drüber. Ach, aber die können ja auch spielen. Das hatte ich vergessen. Okay, Leute. Es ist... Ernsthaft. Es endet gerade überhaupt nicht. Es endet gerade wirklich nicht. Und... Oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh, da ist schon wieder einer. Ich habe das Gefühl, die spawnen immer wieder und wieder und wieder. Das war aber sonst nicht so. Oh, mein Gott. Ich schnauze voll jetzt hier. Verreckt einfach alle. Irgendwie. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe, glaube ich, nicht so viel Money. Naja. Das hält sich in Grenzen. Oh, Gott. Oh, Gott. Die wollte ich jetzt nicht treffen. Ha. Ja. Gesundheit 7. Es läuft wieder hervorragend. Und hier ist auch kein Fass, dass ich die irgendwie nicht töten könnte. Was? Das ist überlebt? Da rennst du weg. Aber die haben Angst davor. Die rennen weg. Oh, Gott. Dich habe ich überhaupt nicht mehr auf den Stirn geglaubt. Warum überlebst du, Headcat? Warum? Ich habe, hallo, viel Energie. Lass mich einfach in Frieden. Bitte. Bitte. Ich werde sonst nicht überleben. Mist. Ich glaube, da lag auch kein Medi-Pack mehr irgendwo rum. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Pass auf, vielleicht, wenn ich da lang gehe, dann ist der Typ wieder gespawnt. Deswegen werde ich da jetzt nicht mehr lang gehen. Okay. Bam. Ähm. Headcrap. Ich habe dich schon noch gesehen. Und ich sehe dich auch immer noch. Ach ja. Oh nein. Das wollte ich nicht. Was für eine Verschwendung. Warum? Also ernsthaft. Sie spawnen wirklich immer wieder. Ich muss ja einfach weg. Das Problem ist nur, hier hinten komme ich gerade nicht lang. Und da oben drauf. Ha. Ja. Ich brauche so meine Zeit, um rauszufinden, wie ich da hochkommen kann. Oh Gott. Dunkel. Okay. Ich versuche mich mal schnell umzugucken hier mit meinen vier Lebenspunkten, weil vermutlich werde ich gleich sterben. Achso. Hier war ich ja schon mal. Ja. Alles klar. Ähm. Außer ich habe Glück und finde gleich noch einen Muni. Muss jetzt wirklich mal nur noch auf die Köpfe zielen. Och Gott. Meine Muni ist leer. Auch das noch. Er zögert. So. Hier war doch auch noch so ein kleiner Spacken. Aber ich glaube, der ist weg. Ach. Toll. Ganze 29 Energie. Da geht es noch hoch auf jeden Fall. Ist hier vielleicht irgendwo noch Energie versteckt oder so? Das wäre ganz super. Hier ist leider nichts. Dann schaue ich noch mal die Kisten. Achso. Die gehen gar nicht kaputt. Ja. Das ist ja alles nicht so viel. Das ist nicht so berauschend. Oh Gott. Bitte lasst hier einfach noch irgendwo Energie sein. Also seitdem ich keine Anzugenergie mehr habe, geht es mir echt bescheiden. Da würde ich gerne hoch. Oh Gott. Da ist Energie. Oh nein. Wie komme ich da hoch? Moment. Moment. Jetzt mal ganz ruhig. Ich muss mal kurz nachdenken. Super. Oh nein. Ich muss da hoch. Ich muss da richtig dringend drauf kommen. Aber man macht nur so Babysprünge. Okay. Da komme ich an die Kante, aber auch nicht hoch. Huch. Äh. Cool. Ich bin in Energie reingelatscht. Ja. Damit geht es mir jetzt etwas besser. Aber naja. Auch nicht so wirklich. Ich würde sagen, beenden wir die Folge hier erstmal. Weil ich muss erstmal kurz tief durchatmen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.